Leute, heute mal vor dem Computer kurz. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen schlecht gehalten. Egal. Ja, Tau heute, fänd's mal lauter. Ich spiel da, spiel endlich wieder. Und, also, ja, ich hab Pizza-Party geschafft. Ja, genau. Und das ist so schwer zu halten hier mit diesem Handy. Egal, Leute, wir kaufen uns das jetzt. Also den Warden. Warte, ich sehe meine Mamas nicht hier. Ich hab auch ein Abzeichen bekommen. Warte, wie kann man den Warden denn jetzt kaufen? Hier, ne? Ja, ähm, bin ich schwer, bin ich dumm? Also da ist der Warden, warte. Und den können wir uns jetzt für 4000 Münzen kaufen. Und den werden wir uns jetzt für 4000 Münzen kaufen. Und im nächsten Part probieren wir den jetzt mal aus, ne? Also im nächsten Part. Und, confirm. Und wir haben den Warden, Warden, jetzt endlich. Im nächsten Part, wie gesagt, probieren wir den aus. Ich hab einen neuen Skin. Ich hab außerdem eine Box geöffnet. Nämlich für den Shotgunner. Ich hab da hier diesen Skin. Der war gar nicht mal so schlecht aus, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, genau. Änd, ja, das war eigentlich schon alles hier mit dem V-Medio. Ähm, ja, ich bin Level 77. Und ich hab das Abzeichen natürlich auch bekommen. Wartet. Ach nee, das war... Achso, da Badges. Äh, hier sind... Ach, da sind wir schon, ne? Okay, was haben wir denn noch nicht? Beat Hardcore Beta. Das haben wir noch nicht. Ähm, irgendwann müsste es sein. Frost Investition. Das hatten wir... Das gibt's leider nicht mehr. Äh, boah, ich weiß nicht, wo das ist. Der V-75. Hab ich jetzt nicht erreicht. Nee. Gibt's in mir zur Zeit nicht. Aber ich hoffe, wenn wir das Abzeichen bekommen. Und ja, das war's mit dem Video. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ciao. Äh, genau. Hier ist das Abzeichen, glaube ich. Das ist das Abzeichen, was ich bekommen hab. Das ist das für ein Abzeichen. Das ist ein Geheimnisabzeichen, wie man auch mal was bekommt. Äh, aber das ist das nicht. Wir haben ein anderes bekommen. Nämlich, also, ja, das habt ihr ja schon gesehen. Aber das, was wir bekommen haben, ist... Hab ich ja, wie gesagt, schon. Ihr wisst es. Aber ich zeig euch jetzt noch mal vor den Namen. Hier das. Und das hier, was dir jetzt angezeigt wird, hier seht ihr Item Own It. Und ich hab das random gemacht mit random Leuten, also nicht mit Freunden. The party is over. Triumph. Pizza Party Dubai Warden in the Shop. Ja, das war's mit You. Das ist ein Lecker-Night-Water. Only's at Shop.